CBD-Öle mit dem natürlichen Wirkstoff Cannabidiol aus dem Nutzhanf kommen auch im veterinären Bereich immer häufiger zum Einsatz und unsere Vierbeiner profitieren von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für das Wohlbefinden. CBD-Öle können den Vierbeinern direkt in das Mäulchen getropft oder dem Futter beigemekt werden. Sollte sich die Gabe bei Ihrem Haustier als schwierig gestalten, kann das Öl auch auf ein Leckerli getropft werden. Tasten Sie sich in den ersten Tagen mit wenigen Tropfen an die ideale Dosierung heran. So können Sie immer gut beobachten, wie schnell und wie sensitiv Ihr Haustier auf den Wirkstoff CBD reagiert. Das gewählte CBD-Öl sollte ein hochwertiges Produkt sein, welches einen äußerst geringen THC-Gehalt sowie keine kritischen Terpene für Hunde und Katzen aufweist. So entspricht es den Bedürfnissen unserer Vierbeiner und ist auch optimal verträglich. Auf der CBD-Vital-Webseite stehen Ihnen unsere Analysezertifikate sowie auch unsere Bio-Urkunde zur Einsicht und zum Download zur Verfügung. Betriebein Teilung 7 3 1 2 3 5 8 7